Servus Freunde, willkommen zurück bei der Shisha WG. Wir sind heute im Shisha Underground von Shisha Union mit dem lieben Dennis und haben ein Gewinnspiel für euch. Aber zuerst stellt sich mal der Dennis vor. Hi, der Dennis hier. Wir sind heute im Shisha Underground, der seit 1. Dezember nun auch für alle zugänglich ist. Von Montag bis Freitag 12 bis 18 Uhr in der Mainzer Landstraße 225 in Frankfurt. Und ja, ich würde sagen, ich zeige euch mal den Laden. Nun kommen wir mal zum Gewinnspiel. Was soll es denn eigentlich überhaupt zu gewinnen geben? Das ist eigentlich ganz einfach. Es gibt die Stahlspecht P20 zu gewinnen. Das Video zu der Pfeife war ja überaus gut und positiv. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, einfach mal auf dem Kanal suchen nach Stahlspecht P20. Der Marvin erklärt euch jetzt einfach mal kurz und bündig, was ihr dafür machen müsst, um am Gewinnspiel teilzunehmen. So, was ihr tun müsst, um die Pfeife zu gewinnen, ist relativ einfach. Das Gewinnspiel startet heute und wird 14 Tage laufen. Das Gewinnspiel läuft über Instagram. Wir packen euch einen Link unten in die Beschreibung, da klickt ihr einfach drauf und dann kommt ihr auf den richtigen Post. Den Post dann einfach liken, Shisha Union liken bzw. Shisha Union followen, official Shisha WG, also uns followen und dann in einzelnen Kommentaren jeweils einen Freund markieren. Je nach markierter Freund ist ein Los. Das heißt, ihr habt euer Glück selbst in der Hand. Ihr entscheidet, wie viel Los ihr wollt. Also seid fleißig, markiert ordentlich Freunde und dann drücken wir euch die Daumen, dass ihr gewinnt. Wie Maren gesagt hat, das waren die Dinge, die ihr tun müsst, um an dem Gewinnspiel teilzunehmen. Das soll es auch für das Video gewesen sein. Falls es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da und man sieht sich im nächsten Video. Ciao! 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 estrut? Ciao! 融 hear! patiently z itu? Ha? Quats�? Ciao! 簡ai scoot! Vielen Dank.